Das Hauptthema, die Überschrift ist Inklusion, was auch immer das ist. Früher hieß es Integration, das war mit Geld und jetzt heißt es Inklusion, das ist ohne Geld. Wie stellt ein Schauspieler, der nicht behindert ist, einen Behinderten dar und das glaubwürdig? Da haben wir uns große Gedanken gemacht, welche Behinderung ist das überhaupt, wie sieht das aus? Wir sind dann natürlich in Förderschulen gegangen, haben uns auch in Inklusionsschulen und haben uns mit gehandicapten Schülern getroffen, haben miteinander Recherchen betrieben. Das ist, finde ich, im Nachhinein von dem Schauspieler eine Riesenleistung, wie er sich dem angenähert hat und welcher Ernsthaftigkeit. Es ist schon eine realistische Geschichte, aber ich habe versucht, in der Inszenierung auch formale Elemente einzubauen, also große Bewegungsbilder, Medleys oder auch mit Musik umzugehen, mit Körperlichkeiten. Es gibt einen sehr, sehr formalen Albtraum, aber immer wieder wechselnd in auch reale Szenen. Wir wissen, dass viele behinderte Kinder einsam sind, aber in unserer Geschichte kommen die beiden zusammen oder die drei, da kommt noch ein Mädchen dazu und sie kommen sehr eng miteinander zusammen, sie werden richtig Freunde und das ist natürlich eine kleine Utopie. Auf Wiedersehen!